Joho meine kleinen Farmer und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Schießerei hier auf meinem Kanal mit dem Limas Kalter der ist wo der hat sich ein LKW geschnappt und wow was ist das denn für ein LKW? Der gute Samariter. Was hast du getan? Die Mitglieder des Widerstands wurden getötet. Benni was hast du nur getan? Ich habe nichts gemacht wir haben gesagt wir machen das leise aber ja der lieber als Kalter hatte sich einen LKW geholt und damit ein bisschen Radau gemacht. Dementsprechend ging das leider nicht leise. So wie weit müssen wir denn noch fahren? Ach das ist gar nicht mehr so weit. Also wir machen das jetzt sehr leise und wir fahren auch nicht mit dem LKW da rein okay? Okay. Ich steige schon mal aus. Dankeschön. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht gesehen werden. Die James-Bomb-Mission ganz leise. So wie das letzte Mal. Siehst du den Typen da vorne? Du kannst die übrigens markieren. Und dann? Was? Wir sagen leise und erb. Und vor allem er hat es überlebt. Lol. Ich? Krass. Ich bin kaputt. Ähm das ist ein Zivilisten getötet Benni. Nein das war ein Spielfehler. Benni du darfst keine Zivilisten töten. Nein das war. Was schon wieder? Okay. Ich glaube. Nein ich habe die falsche Waffe genommen. Ähm Benni du hast recht. Wir müssen das wirklich sehr sehr leise machen. Okay also wir machen das jetzt sehr leise mit Takedowns und dann sollte das auch klappen. Ja. Machst du ja nicht so gut. Du sagst wir machen das leise. Du lässt hier erstmal was explodieren. Das haben sie nicht gemerkt. Das ist nur damit sie nicht fliehen können nachher. Okay. So lass mal hier vorne herlaufen. Hm. Versteck den LKW. Die gucken gerade nach. Weil die haben das gehört. Ich mein das fällt auch auf. Ja und die kommen jetzt hierher und dann hängen wir sie weißt du. Ah. Wir könnten übrigens mit T auch Steine werfen. Dann kommen die hier hin. Echt? Ja. Also wir müssen natürlich bei denen in der Nähe sein. Aber du kannst sie damit ablenken. Zeig ich dir mal. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Warte. Guck mal. Ich werfe jetzt da einen Stein hin. Mhm. Vorsicht wir dürfen nicht entdeckt werden. So ich werfe da nochmal einen Stein hin. Wir dürfen nicht zu viele Steine hinwerfen. Okay. So. Hast du gerade geschossen? Nein. Man soll nicht schießen. Alles ohne Schießen. Der kommt. Der kommt hier hin. Ja. Ich take jetzt den ersten. Ja mach das. Hat jemand gesehen. Doch. Sein Kumpel. Oh Mist. Ah. Das haben zu viele gesehen. Oh. Da ist der Flammenwerfertyp. Wir müssen genau. Wir müssen auffassen. Das Haus darf nicht abbrennen. Weil da sind Zivilisten drin. Ja. Nein. Ähm. Ich suche gerade die ganzen Zivilisten. Ich habe nur einen gefunden bisher. Vielleicht war es nur einer. Ne. Das sind noch drei. Drei Geiseln sind hier. Ja. Ja. Ah. Ich habe die nächste Geisel. So. Da ist noch ein Gegner. Oh. Der gehört zu uns. Ups. Benni. Der ist tot. Das tut mir leid. So. Ja. Benni sagt immer uns fehlt noch eine einzige Geisel. Oder? Oder hast du die gefreit? Ähm. Die müssten. Ich weiß gar nicht. Also. Ich habe. Was ist denn mit dem Hund hier? Ja. Wir müssen jetzt einfach sichern. Mensch. Hier ist ja alles voll mit Feuer. Ne. Wir schießen sie mit Feuer rum. Ich nicht. Ich brenne. Ach. Du bist das hier schon wieder. Mensch. Hier sieht man. wie die komplette Insel abbrennt. Wir wissen auch was. Die Zivilisten dürfen nicht abbrennen. Wir feuern den Widerstand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ganze Haus brennt hier. Benni. Schieß mal kurz. Nochmal. Hier. Runter. Nice. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. tatsächlich. Ein gutes Anarit. Wunderbar. Das war doch schon mal ganz gut. Oh. Ja. Und du siehst auch schon. John Seed kommt jetzt nach. Ähm. Der kommt jetzt zu uns. Ne. Ach. Will der mit uns einen Kaffee trinken oder was? Der wird uns ein bisschen was machen. Okay. Dann bin ich gespannt. Au. Oh je. Also. Ihr braucht dafür natürlich. Einen guten Buddy. Für diese schöne Coop Mission. Allerdings. Nehmt Das hast du gerade gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also merkt schon Leute, der Benni der ist ziemlich unlangbar dafür, dass ich ihm jetzt gerade seine Geisen gerettet habe. Du hast alles hier angezündet. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Die verstreute Erde. Gut, wir haben wieder eine Mission geschafft. Ja, wir schaffen gerade ganz viele Missionen. Warum steht hier eigentlich die ganze Zeit Screenshot gespeichert? Wir haben einfach gerade das Passer hinter dir. Ey, das war gefährlich. Warum steht hier die ganze Zeit Screenshot gespeichert? Machst du gerade Screenshots? Ja, aber Warum geht es nicht weg? Jetzt geht es weg. Komisch. So, dieser Truck ist auch richtig geil, wie ihr hier sehen könnt. Was ist Benni? Möchtest du vielleicht fahren? Ne, ne. Vorsicht, da darfst du nicht drüber fahren. Da darfst du nicht drüber fahren. Na, er wird auch nicht mehr rüber fahren. So. Jetzt hätte ich gerade getroffen. Okay, ich habe nichts mehr zu werfen. Schade. Irgendwer schießt er schon wieder. Ey. Ja. Schon wieder. Ich sehe das schon wieder dunkel, Mensch. Okay, wir müssen jetzt 1495 Meter entfernt zu Falls End fahren. Weißt du, wo das ist? Hast du den umgefahren? Ähm, eigentlich nicht. Okay. Meinst du, du meinst mehr, oder? Ja. Ich habe mich gerade mit Dosen ab. Nein. Ich habe meinen Baseballschläger verloren. Jetzt ist er wieder hier. Da steht ein einziger Baum und du haust den voll um. Ja Leute, ich war halt schon immer ein sehr guter Fahrer. Ähm, man merkt es. Ich meine, ich kann mit Helis durch Tunnel fliegen. Ich kann mit Autos durch Bäume. Ähm. Oh. Ne, das waren Freunde. Oh. Oh. Ich habe so gesehen, wie das so schön fliegen ist. Geil. Also seht ihr Leute. Es gibt ja einfach richtig geile Fahrzeuge. Wo hast du den Führerschein gemacht? Da war ein Stier. Ein Stier. Mit einem Wald. Der rammt uns weg, glaube ich. Ich habe schon lange keinen Bison mehr gesehen. Einen Bison, genau. Die sind auch echt heftig. Die sind richtig böse. Weiß ich, wenn ich jetzt einen Flugzeug, wo du eins möchtest. Ey, da sind wir auf dem Feld unterwegs. Du kannst die Strohballen und alles richtig gut rammen. Wo fährst du gegen? Gegen so ein Silo. Yes. Hammer Typ. Da ist ein Stein. Alter. Was war da jetzt gerade im Weg? Ich habe es nicht gesehen. Ein Stein. Ein Stein. Der Lkw fahren, das muss gelernt sein. Der Lkw fahrer ist kalter. Das muss er üben. Was ist denn hier? Oh, was ist das denn hier? Sind das Freunde von uns? Das ist doch ein Hubschrauber. Wollen wir den noch benutzen? Ja, den müssen wir benutzen. Ich kann den noch reparieren. Ja, aber der brennt. Der schafft mir. Moment. Ohoho. Ich konnte ihn leider nicht mehr reparieren. Hast du ihn abgeschossen? Nein. Benny, was hast du getan? Unser Hubschrauber. Du weißt schon, dass gerade da ein Munitionsfach explodiert ist. Wir müssen das da hinten zerstören. Können wir das Ding mitnehmen? Ja. Okay. Moment. Pass auf mich, Benny. Du bist ja noch gar nicht da. Okay. Los kann es gehen. So, wir müssen das zerstören. Wow, das ist einfach mega. Was ist das denn? Was ist das denn für ein geiles Ding? Der Fahrer lebt noch. Ich will auch so ein Teil. Dieser Wagen ist mega krass. Ähm. Wow, ich bin tot. Wie du bist tot? Liegst du hinten? Oh. Liegt vorm Auto. Also der LKW ist mal richtig gut gepanzert. Ich kann nicht fahren. Mein Motor ist kaputt. Ich kann nicht mehr fahren. Wir haben den kaputt geschossen. Wir brauchen echt unseren Truck. Alter. Hast du noch einen Raketenwerfer? Natürlich. Sehr gut. Wer schießt hier auf uns? Ich bin gleich komplett da. Oh. Woher haben wir unseren Truck? Woher hat der Truck? Der hat mich überfahren. Vielleicht ist das ein Lieferdienst. Ist das ein Lieferdienst? Vielleicht. Ja. Du bist fast tot, ne? Ich bin tot. Ich liege hier. Soll ich dich retten? Das wär nett. Der hat mich aber überfahren. Unser Kumpel. Wie. Leute. Okay. Was ist denn mit ihm? Unser Kumpel war locker von so einem Peggy angeheuert. Ist so. Überfährt der uns einfach. Überfährt der uns einfach. Alter. Was soll das? Darf der das? Darf der das? Darf der das? Haben wir jetzt unseren LKW hier? Unseren LKW nicht mehr. Ach, da sind ja wieder Leute. Das arme Hündchen. Der ist darauf abgerichtet uns zu töten. So Benni. Du böser Junge. Ja. Ich zerstöre die Satellitenschüssel. Okay. Wo, 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 wo. Da sind ein paar Leute. Ein paar viele Leute. Krass, wie die hier... Diesen Benni. Sind das Freunde von uns? Ja. Ja? Ja. Sehr gut. Gut. So. Perfekt. So. Wo ist denn dieser Verkünder? Dieser LKW? Der kommt. Ich hab ihn angezündet. Oh, er schießt auf mich. Benni, Hilfe. Ich bin kaputt. Die Hälfte vom Teil hab ich zerstört. Also, wir brauchen vier Schüsse mit der Panzerfaust. Sonst ist der kaputt. Okay. Liegst du auch auf dem Boden? Nee. Nee, ich bin noch im Leben. Okay. Du sollst mich nicht anzünden. Hilf mir. Das ist alles wertvolle Zeit. Du Esel. Wenn du brennst. Ach nee. So, wir müssen da jetzt hin. Was ist denn das hier? Warum sind denn hier alle Autos kaputt? Du Hacks. Kennst du das, wenn man läuft und es keine G-Animationen gibt? Diese CS-Go-Hacker. Nein. Genau so siehst du gerade aus. Kenn ich nicht. So ein richtiger Hacker. Ist das ein Fahrzeug, das wir nehmen können? Okay. Komm, wir nehmen das Fahrzeug. Schnell, 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 schnell. Okay. Das andere hatte ne, ähm, nein, egal. So. Die überholen wir einfach mal. Hat der einen Unfall gebaut? Nee. Der zerflügt echt alles. Wer war das denn? Wir müssen echt gucken, dass das hier irgendwie passend ist. Hör auf hier alles anzuzünden. Und der brennt die Karre noch. So, da vorne ist es wieder Menschen. Oh, der hatte nen Raketenwerfer. Oh, die gehören zu uns. Tut mir leid. Genau nicht. Hier zerstören. Ich hatte gerade die ganze Zeit Angst, dass der auf uns schießt. So, guck mal, da ist dieser Truck. Ich wette mit dir, wir brauchen gleich ein neues Auto. Auf jeden Fall, weil die, ich meine, die haben darauf so viele stationäre geschützt. Ich glaube drei Stück, ne? Ja. Bei zwei. Benni! Das war ich nicht. Das war ich nicht. Okay, Leute. Ihr merkt schon, bitte nicht trinken und fahren, dann passiert sowas. Das war ich nicht. Oh man, also das ist echt ne schwere Mission, muss ich sagen. Ach, alles machbar. Wir brauchen zwei Raketenwerfer. Aber es wäre krass, wenn wir danach auch dieses Fahrzeug fahren könnten. Das wäre richtig heftig. Das ist echt ein böses Fahrzeug. So. Wo sind wir denn? Zerstöre den Verkünder. Flugplatz? Oh. Haben wir die Mission jetzt so aufhauen, dass wir sie nicht mehr machen können? Das weiß ich nicht. Gute Frage. Hm. Ne. Okay. Können wir die noch machen? Ja. Zufliegen? Dann. Ne, ne. Obwohl doch. Doch, doch. Ich glaube die Aufnahme. Obwohl, soll ich uns mal ein richtig, richtig geiles Flugzeug kaufen? Kannst du das jetzt kaufen? Ja. Nice. Ich habe jetzt genug Geld, Leute. Ich meine das ist mega teuer. Aber, was macht nicht alles für den Benni hier? So. Das wird gekauft. Okay. Ich bin echt gespannt. Du hattest gekauft, ne? Oh Gott. Krass. Alter. Guck dir das an. Wie geil ist das denn? Das ist ja ein cooles Teil. Ne. Vor allem, einer kann einfach hinten sitzen, ne. Und schießen. Der andere sitzt vorne und schießt. Also, wenn das nicht stark ist, weiß ich auch nicht. Damit sollten wir die doch versiegt bekommen, oder nicht? Ja, das glaube ich auch. Du hast sogar ein Bombenvisier. Wie geil ist das denn? Du kannst sogar Bomben abwerfen. Du hast Bomben? Hörst du das? Ja. Wie geil ist das denn? Nice. Okay, wo müssen wir hin? Ähm, ich weiß es nicht. Guck mal auf die Karte. Oh nein. Was? Die Bomben kosten einfach 1000 Dollar. Pro Bombe? 1000 Dollar? Es interessiert mich gerade, ähm... Du hast kein Geld mehr, oder wie? Dass ich Geld zahlen muss, um die Munition aufzufüllen. Oh Gott. Ich dachte, das wäre kostenlos. Sind die denn kostenlos? Glaub nicht. Gut, gut. Oh nein. Was schießt du auf uns? Ich schieß ja gerade auf ein paar Leute. Okay, wo haben wir denn jetzt hier... ... unsere Munition? Ähm. Das ist nicht passiert. Was? Ich habe gerade all mein Geld für diese Maschine ausgegeben. Und du... Das war ich nicht. Das war ich nicht. Guck mal, die ist doch wieder da. Nur in gelb. Warum liegt da ein kaputter Hubschrauber in der Ecke? Wer denn jetzt hat sich den Glückschrauber kaputt gemacht? Merkt ihr das schon immer? Ich sehe aber die Mission gar nicht mehr. Ich auch nicht. Hm. Da liegt jemand. Ne, das ist ein Strauß. Da! Was? Das Ding attackiert mich. Was? Einen Strauß habe ich schon. Das ist kein Strauß. So. Plündern. Wie viel kriege ich da? Hm. Da liegt jemand. Ne, das ist ein Strauß. Da! Wenn du ihn einmal kochst, könnt ihr ihn dir. Ja, das ist doch schön. Sonst wäre es echt... Ich dachte... Nein! Da ich das schon wieder. Ey, das ist aber übelst schwierig. Okay, wir reparieren ihn. Oh, oh, oh. Da waren Gegner. Ich habe auf die Gegner geschossen. Leute, da waren Gegner. Wenn ihr denkt, dass ich ein schlechter Teammate bin, dann geht mal ein Däumchen nach oben da. Dann geht mal ein Däumchen nach oben da, genau. Wenn ihr denkt, ich wäre ein schlechter Gegner. Alter, Teammate, ja. Cut. Wenn ihr denkt, ich wäre ein schlechter Buddy, dann lasst mal einen fitten Daumen nach oben da und schaut euch die neue Folge bei AskAlter auf dem Kanal an. Er ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Und ich denke, ja, das Fahrzeug können wir nicht reparieren, oder? Wollen wir uns ein neues, ne? Ja, müssen wir, glaube ich, machen, ne? Müssen wir machen. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao, Freunde. Ciao.